um die Stinke blieben heutzutage und ja ich werde nicht singen niemals sonst bekomme ich mehr D-Likes als alles andere wo bekommt der Kanal D-Abos und D-Likes außerdem will ich nicht für ohne Krebs sorgen naja denn Hilfe ja ja liebe Leute was haben wir vor in diesem Fahrt Holzsacken Häuslein bauen also ich will jetzt nicht wissen was Sammy und Banana was die gerade machen ehrlich gesagt äh äh nein warum wohl ok ne haben wir leider nicht glaub ich jetzt nicht denken äh äh ja äh mir auch ähm ja tut mir leid Leute ich war grad irgendwie ein bisschen geistlich abwesend hä ja ähm schönes heute da draußen und in Minecraft äh regnet's äh ja ich weiß nicht mehr so recht was ich sagen soll hallo 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 hey 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 halt stopp so nicht nein du kommst jetzt her und guckst mir in die Augen wenn wir reden so geht das nicht weißt du wie ich mich fühle seit Tagen von dir nur verarscht nein pack deine Sachen geh geh ja geh weg geh ja hau doch ab ich will dich nie mehr sehen es ist aus geh weg guck mich nicht so bescheuert an hau ab ah geh doch jetzt weg ey meine Fresse Mamuschka du also liebe Leute Fiesta sieht so aus als ob ich Burgenschütze nehme es ist ne Hammerklasse Merde Plöpp Och ich bin müde Mu ich wär auch so ne Killerkuh die Sonne geht auf Halleluja die Sonne geht auf Halleluja der Manneloh Ich darf jetzt nicht erwarten zu singen da ist ne ich hab ein Pilz gewunden ja krass Stoff 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 so jetzt laber ich nur Scheiße hm Also, übermorgen fange ich damit an, mit Let's Play Fiesta, ja, 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 ich nehme wie gesagt wahrscheinlich Bogenschütze, steht jetzt Krieger 1, Bogenschütze 4, Kleriker Neu, Maha Opfer, Magiers, ein, eine Stimme, na gut, zack, Hausbau und ein Down-Touch, my tralala, ein bisschen Hattiewecke von dem Mund, ey, also, der Mond ist erstmal rund, ne, obwohl bei meinem Kopf ist er viereckig, ha, ha, oh ja, ich bin ja so kreativ lustig, hey, cool, wir haben Wüste gefunden, wenn ich das Villager-Torf jetzt wieder finde, dann knutsche ich Minecraft, aber wenn dann, okay, doch lieber nicht, oh, jetzt wollte ich gerade Schrein-Torf gefunden, äh, läuft, so ein Touch, my tralala, wieso, Stein, huch, 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 also, wir sind jetzt hier in der Wüste, meine, ja, da kommt die Polizei, oh, die Polizei, Polizei, ah, ich glaube, scheiße, liebe Leute, schreibt in die Kommentare, was ich sagen soll, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, ihr hört es vielleicht, ich labere nur scheiße, gut, was haben wir jetzt eigentlich vor in diesem Part, ähm, das Holz hat das mal reich, mir sucht jetzt eine geile Stelle, wo viel Holz ist, und sehr abgelegen, haha, abgelegen, na, 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 äh, sucht mir jetzt eine Stelle, ähm, wo man unser schniekes Häuschen bauen können, mit Fettpalmengarten und Kochblatt, äh, ich meine, mit natürlichem Blumengarten und, und so, äh, naja, genau, ähm, mir, oh, Gott, ich bin so fucking müh, ey, Leute, ich habe noch kein Leben abgezockt bekommen, ich glaube, jetzt läuft es mal richtig anständig, ein Wüstentempel, Notch sei gepriesen, Allah, Jetzt denkt ihr euch bestimmt, oh nein, 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 ein Wüstentempel mit TNT, Chrissy ist doch total bescheuert, da wollen wir doch da runterspringen, nein, liebe Leute, ich bin mir den Gefahren des Wüstentempel durchaus bewusst, und ich gehe da mit großer Sorgfalt ran, Okay, liebe Leute, jetzt müsste ich so eine Mission Impossible Musik einfügen, und dann, dat wär jetzt geil, dat wär's. ich hab kühle gefunden ich hab kühle gefunden okay ich hab kühle gefunden das macht ein holler wüstenhemmel cool das ist extrem geil habe ich mir weh getan okay ich schätze wir haben jetzt vier minuten aufgenommen machen wir noch bis 41 obwohl ne 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 machen wir vorsichtshalber mal nur noch neun minuten also bis 40 oh krass meins 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 hast dir wohl gedacht na die druckplatte ist weg oh bitte wieso finde ich jetzt aber nur scheiße ach leute ich denke ihr habt mich lieb okay so ihr scheint aber nicht tnt denkt sich jetzt bestimmt noch nein was hat dieser geistesgestörte mit tnt vor ja liebe leute das weiß ich auch noch nicht warten wir mal bis zum nächstgelegene villager doch oh gott liebe leute ja ich weiß ich hab einen totalen dachschaden ja aber ohne dachschaden kommt das ist jetzt mies oh gott nein muss ich wertvoll das soll zu ballern das will ich doch gar nicht tut mir das doch nicht an was habe ich euch jemals getan ha 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 ich bin schlauer als hier oh gott ihr denkt dass ich jetzt auch noch was labert der für einen scheißack mal hat das opfer echt nicht gelernt nein liebe leute ich hab nicht gelernt ich bin so ein kacken so dumm ob er ist noch wenn ich vergeben uns vergessen deutsche sprache schwere sprache ja lieber leute ich gucke jetzt erst mal hier fett muss nachdenken und ich weiß gar nicht was ich labber ich schon wieder hab ich nicht gelernt äußerst reale seerose ist das reale seerose ich hab leben gefunden ja happy birthday 1 plus 1 gleich fuhren fahr ich mag pils mehr als du ich mag bitte mehr als du und tollen Luhm Pisa 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 er auch noch mehr Pilser ah hey Pilser ich habe jetzt vorziehen Pilser und ich bin 100 Prozent Arabisch ich bin schon wieder so lustig oh mein Gott ein riesen Tittenfisch yay ein Tittenfisch wo ist ein Tittenfisch 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 guck guck wo bist du gestorben das ist doch Tittenfisch hmm Part 9 da muss ich mir noch überlegen ist der aber ist bei einer dabei war rules banana wie man eben will wie man die sagen will wenn die nehmen was sag ich jetzt hier schon wofür ist doch post man kann die banana nennen man kann ihn rules nennen man kann ihn Arschloch nennen whatever man kann ihn so nennen wie man will komm her Schaf tritt deinem Schöpfer entgegen ja oh ein graues Schaf du gehörst nicht dazu du bist nicht weiß stirb oh ja Rassismus gegenüber Schafen Grins ich hab nichts gegen schwarze aber gegen schwarze Schafe habe ich schon was weil sie schwarzen Lalalalalala hey du oh du bist gerade ich muss ich töten stopp das ist bestimmt Sven das schafft damit auch alles bestimmt wettig 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 deswegen gibt es ja auch so viele Schafe da ran mit dir alle warum hast du Schlüpper keine Wolle gedroppt da musst du dran glauben weiße Schaf der Vernunft hey nicht weglaufen hey 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 du trittst du trittst auch deinem Schöpfer entgegen komm zu Papi und es tut nicht weh ah stirb doch einfach was war da dran jetzt so schwer notfalls hätte ich es auch alle in die Luft gejagt haha ich bin ja so gut und so böse fresh sexy bacon sexy bacon sexy bacon das könnte ich auch machen Melanie in ein schönes bacon kostüm stecken sexy bacon ja m m m m m ja es wird dunkel aber wir haben ja den Posimos event we are so fucking very good we are so fucking very good ja we are so fucking very good we are so fucking very good ne gut Tschüss, halt die Ohren steif, whatever. Vergesst nicht die anderen davorigen Parts zu schauen, damit ihr wisst, was abgeht, wie oft ich gestorben bin. Ihr habt ja eh nichts verpeilt, also von daher bis zum nächsten Mal und tschüss.